Liebe Gäste, wir testen für Sie Kreuzfahrt in Zeiten von Corona. Wir sind auf der Mein Schiff 1 unterwegs im wunderschönen Scherenbärken von Stockholm. An Bord kommt man nur mit einem negativen Corona-Test. Dieser ist bei TUI Cruises schon im Reispreis inklusiv. Und ist man einmal an Bord, wird für ausreichend Hygienemask am Bord. Überall kann man sich die Hände desinfizieren, jeden Tag wird Fieber gemessen, die Maske trägt man überall da, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Und ansonsten bleibt viel Zeit, um das Schiff zu genießen mit nur 800 Gästen an Bord mit Abstand. Ein wirklich tolles Ohr. An Bord kann man Kulinarik genießen, Sport, Wellness, einfach die Seele bauen lassen. In diesem Sinne freuen wir uns darauf, auch Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen. Und sagen, Schiffe heu, bis bald! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020